Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Infovideo hierauf abgefahren, denn es gibt zur Zeit gruselig gute Rabatte im Steam Halloween Sale und die werde ich hier in diesem Video mal kurz vorstellen. Links sind in der Videobeschreibung, viel Spaß. Los geht's mit der Assetto Corsa Ultimate Edition, die gibt's gerade für die Hälfte und zwar für 40 Euro, außerdem gibt's 30% auf den Porsche Season Pass. Dann kommt Automobilista, da gibt's gerade auch die Ultimate Edition, stark rabattiert und zwar 75% gehen darunter und die kriegt ihr für 14 Euro. Die normale Version ist auch 50% reduziert und kostet 12 Euro, also unbedingt, wenn ihr Automobilista noch nicht habt, kauft euch die Ultimate Edition, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Sale. Dann haben wir BeamNG mit 20% Rabatt, einem Preis von 19 Euro. Dann kommt Cardcraft, den Early Access Zugang gibt's da gerade für 40% Rabatt oder 11 Euro Kaufpreis. Sprunghaft hüpfen wir rüber zu Dirt Rally 2, dort gibt's 60% Rabatt auf die Deluxe und die Super-Deluxe-Version. Außerdem gibt's Dirt Rally 1, Dirt 4 und Dirt Rally 2 für 60 Euro im Band. Nicht direkt über Steam, aber über den eigenen Store bietet auch Race Room Garden Halloween Rabatt an, auf ausgewählte Items gibt's da 20%. Und zu guter Letzt haben wir noch Air Factor 2 mit 50% Rabatt aufs Hauptspiel, außerdem 50% aufs Endurance Pack und das GT3 Pack. Dann gibt's noch 30% Rabatt aufs Sebring und 33% aufs GT3 Challengers Pack. So, ich hoffe, ich hab keine Sim vergessen. Das waren alle Sim Racing Rabatte zum Halloween Sale. Der geht bis morgen, dem 1.11. Also, wenn mal was fehlt, wer immer überlegt hat, soll ich das kaufen, soll ich das nicht kaufen, könnte vielleicht jetzt zuschlagen. Ich wünsche viel Spaß, wir sehen uns, macht's gut, tschüss! Tschüss! Tschüss!